Herzlich Willkommen! Heute möchte ich Ihnen einen meiner Mitarbeiter vorstellen, nämlich meinen neuen Kameramann. Wer dahinter steckt, werden Sie dann gleich sehen. Er folgt mir auf jeden Fall auf Schritt und Tritt. Und das Tolle ist, er arbeitet wirklich für einen sehr, sehr kleinen Betrag. Also er ist äußerst preisgünstig und vor allem handelt es sich hier um eine Einmalzahlung, die er hier nur verlangt. Gut, wer jetzt dahinter steckt, das sehen Sie gleich. Sind Sie mal gespannt. Ja, doch mal herzlich Willkommen und jetzt möchte ich Ihnen meinen Kameramann vorstellen, wie zuerst schon gesagt. Und dieser Kameramann heißt iStabilizer. Das ist nichts anderes als, ich mache jetzt mal hier die Kamera, als eine Halterung für das iPhone oder Sie können es auch für andere Smartphones benutzen, mit Teleskopverlängerung. Das kann man hier ausziehen, solange man möchte. Und im Video zuerst hatte ich einfach dieses Gestänge so von mir und habe in die Kamera meines iPhones gesprochen. Also es ist wirklich ein tolles Ding, es ist einfach hier ein Stativ, wo man das iPhone reinklipsen kann. Das zeige ich Ihnen jetzt kurz. Ich packe das jetzt hier einfach mal rein, einfach hier anziehen. Schon ist das iPhone stabil drinnen und dann können Sie hier das so vor sich halten und in die Kamera sprechen vom iPhone. Das ist der ganze Trick dahinter. Wie gesagt, kann man beliebig verlängern, hat auch so einen schönen Griff hinten dran, ist äußerst bequem zu halten und eine tolle Funktion. Denn diese Außenvideos oder Videos mit dem iPhone, die man dann immer so macht, wo man das so vor sich hinhält, das ist erstens, wenn es ein bisschen länger dauert, äußerst unangenehm. Und man sieht es auch immer, man sieht immer hier irgendwie den Arm oder auch, dass die Schulter hoch ist, das sieht man immer im Video. Und das denke ich ist keine tolle Lösung. Und ja, den iStabilizer, der kostet so an die, ich glaube 35 Euro. Ich habe ihn bei Amazon gekauft. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, also ich mache sehr wohl Werbung dafür, aber es gibt ja keinen Affiliate Link von mir. Geben Sie es einfach ein, iStabilizer. Sie sehen es auch hier eingeblendete Namen, suchen Sie es bei Amazon oder bei anderen Shops, egal wo Sie einkaufen. Und besorgen Sie sich das Ding, das ist es wirklich wert. Sieht cool aus, denke ich, und ein toller Kauf. Also ich gebe das Ding nicht mehr her. Kann man auch wirklich ziemlich klein zusammenlegen, wenn man das jetzt hier auf die kleinste Phase macht. So, das passt in jeden Reisekoffer auch toll, weil man jetzt am Strand geht und ein Video aufnehmen will. Habe ich jetzt von gewissen Marketern oder Hobbyfilmern auch schon gesehen, dass die am Strand damit filmen. Allerdings gibt es dann einen Tipp, wenn es wirklich wendig ist, dann ist es nicht schlecht, wenn man außerdem noch ein kleines Mikrofon dazu hat. Da habe ich jetzt noch keins besorgt. Da gibt es auch verschiedene Angebote, eins was speziell für Musikaufnahmen ist und eins mehr für Interviews. Das hat man dann irgendwo hier, kann man das hinklipsen und da ist dann auch der Ton wirklich toll, weil man einen Winkstopper dabei hat. Habe ich mir jetzt noch nicht besorgt, aber das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, falls Sie in einer wendigen Gegend wohnen und Sie mit dieser Thematik Probleme haben. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein zu diesem Thema. Hier da ist Stabilizer, besorgen Sie sich den, echt klasse und wirklich preisgünstig. Das war es von mir zu diesem Video und wir sehen uns dann im nächsten Video.